So, dann machen wir mal ganz schnell und ganz sauber spritzisch weiter in Resilient Evil. Und dann werden wir mal hier mal zum Funkturm rennen. Okay, sie hat keine Eltern, dann haben wir das auch erklärt. Dann werden wir hier mal die geile Kiste mitnehmen. Ja, Munition kann man nämlich immer gebrauchen. Und dann... Ach komm, scheiß auf die Fücher. Weil für die habe ich nämlich überhaupt keine Zeit. Natalia, dann haben wir das auch geklärt. So, dann werden wir hier mal durchrennen. So, dann sind wir hier schon mal drinnen. Grünes Kraut nehmen wir mit. Rotes Kraut nehmen wir mit. Munition ist hier keine. So. Diktierung von Muni, natürlich nicht. Na, kommst du her. Schwinde, Alter. Keine Zeit für dich. Oh, ein, zwei. Oh, nein, 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 nein. Weg mit euch. Na, wirst du wohl umkippen? Oh. Na. Liebt die Sohn noch, ey. So viel Spinne, ey. Ist wohl einer der Infizierten aus dem Bericht. Schätze, Infizierten, Alter. Ich kann sie sehen, okay. Die hat keine Angst. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Na, was ist denn hier nun? Ja, dann klär das mal. Oh, Rander. Erledigt. Boah, ist denn hier los? Oh, Scheiße. Gibt's denn sowas? Na, ist hoch hier. Sauberabgestochen, die Sau. Na, kommt alle her. Na, wo willst du denn so schnell hin? Wo willst du hin? So, dann können wir hier ganz gemütlich spritzisch hochrennen. Na klar. Das schafft die schon. Oh, da ist wieder ein Tor. Sehr geil. Hier ist eine Öffnung. Okay, alles frei. Du hast mehr Mumm als ich. Gehen wir mal hier lang. Ist das die Schaltzentrale? Ich denke mal, dass wir da auch da hin müssen. Ja. Hab ich gesehen. Mann, ey. Hau ab, ey. Mann, nerv mich nicht. Scheiße. Ja, ja. Oh. Habe ich ihn getroffen? Die... Ne, Vorsichtsregel für Experiment... Experimente. Die Sensoren, mit denen die Experimente ausgestattet wurden, messen die Atralin- und Nord-Atralin-Spiele, um die Furcht zu brechen, die die Testperson empfindet. Die Farben ändern sich entsprechend grün, normal, orange, beunruhigt. Rot... Rot blinken, Furcht und Rot-Muditation. Sollte der Sensor eine Testperson zu rot wechseln, ist sie bereits in der Mutationsphase. Erschließen sie dann ungehend. Uppf. Okay. Machen wir. Boom, alter. So, komm mal her, Klinet-Mädel. Krieg ich mal hier durch. Und dann kannst du hier mal den Strom abschalten. Sehr schön. Sehr gut. Nein. Habe ich gar nicht gesehen. Na, bleibst du. Mann. Will denn der hin? Hallo. Wo holen sie hin? Was sollen wir tun? Ja, ich will schon wohin. Keine Panik. Ich bin wahrscheinlich hier raus, wenn der Weg frei wäre. Volltreffer. Ach, scheiße. Ich habe den Schlüssel wahrscheinlich vergessen. Oh, verkackte. Scheiße. Ich muss noch mal zurück. Scheiße. Ich habe voll den Schlüssel vergessen. Das ist natürlich scheiße. Ach, verdammt, ey. Das sollte natürlich nicht passieren. Ach, nein, ey. Ich muss noch mal zurückziehen. Wo war denn der Scheißschlüssel? Äh. Ja, hier. An den habe ich gar nicht mehr dran gedacht, ey. Ey. So eine Scheiße, ey. Dann rennen wir mal schnell zurück. Ja, ja. Das passiert schon mal. So. Na ja, ging doch schnell. Dann rennen wir da mal schnell hoch wieder. Ach, an den hätte ich gar nicht mehr dran gedacht, ey. Ich habe den von mir gesehen und habe nicht mehr dran gedacht, ey. Ich habe Testpersonen J038 erschossen, als er zu fliehen versuchte. Seine Leiche wurde ordnungsmäßig entsorgt. Die Benutzung von Zelle Nummer 1 gleich neben den Eingang des ersten Stock ist streckt untersagt, bis die Wand dort repariert wurde. Ja. Machen wir die Scheißkiste mal auf, ja. Scheiße. Nochmal. Ach, du Scheiße. Ach, na sag mal. Ach, na sag mal. Na, was haben wir drinne? Ein Rubin. So. Runter damit. Na, war ja klar. Andere Knarre hier. Ach, diese Sau. Mann, der schaukelt ja was zusammen, ey. Ist ja nicht mal normal. Ne Küste. Mitnehmen. Oh, da kann die durchkrabbeln. Geh, gehst du da runter. Renn, 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 renn. Wir haben's ein bisschen, äulisch. Wir haben's ein bisschen, äulisch. Und machen dann ganz spritzig in der nächsten Runde weiter. Haut da rein. Bis dann. In diesem Funk-Turm.